Was meinst du? Zugriff? Die Hamburgerinnen und Hamburger sind sehr stolz auf ihre Parks und Grünanlagen. Hallo! Hallo! Die sollen in einem guten Zustand sein, da hat nichts zu suchen. Für den Park, die Stadtreiniger Kampus. Da ist eine Kriegstadt bietet mittlerweile eine gute Tradition. Wir sind heute nur da zum Aufklären. So ein Taschen- und Aschenbecher. Tolle Cigarettes. Darf ich Ihnen ein paar Hundekotbeutel geben? Wie wärs? Los! Dann wünschen wir noch einen schönen Tag. Die Stadtreinigung soll immer dabei sein, um die Stadt, wenn es überhaupt noch geht, noch ein bisschen schöner zu machen. Ja, bitteschön! Ich glaub, das war's auch schon, ne? Dr. zwei, zwei, drei, vier. Was war's? Und wenn. Und democratic? Das war's.